Der neue Heidmann Pure Allzweckreiniger. Die nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen flüssigen Allzweckreinigern. Was dieses Produkt so besonders macht? Wenig Verpackungsmaterial bedeutet ein geringeres Gewicht beim Transport und somit weniger CO2-Ausstoß für unsere Umwelt. Als echter Allrounder sorgt das Pulver für duftende Reinigung im gesamten Haushalt. Einfach zwei Teelöffel mit 5 Liter lauwarmen Wasser vermengen und das Pulver auflösen lassen. Also Wasser, Pulver, rühren, fertig. Das Pulver lässt Fußböden in Wohnzimmer, Küche und Bad im neuen Glanz erstrahlen. Auch für Fliesen, Arbeitsplatten und andere Oberflächen ist der Heidmann Pure Allzweckreiniger eure beste nachhaltigere Wahl. Das Heidmann Pure Allzweckreiniger-Pulver ist vegan, aus nachwachsenden Rohstoffen und mit 100% Ökostrom hergestellt. Der perfekte Allrounder für viele Anwendungen bei gleichzeitig wenig Verpackungsmaterial. Super leicht und schwer im Trend. Verpackungsmaterial